Willkommen in diesem schicken Ford Fiesta Titanium in Vision Blau Metallic. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Bissmann. Der Motor dieses Fiesta ist schadstoffarm Euro 5, somit bekommt er die grüne Plakette. Dank niedrigem CO-Ausstoß ist die Kfz-Steuer günstig. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar und anklappbar. Fünf Türen erlauben bequemes Ein- und Aussteigen. Die abgedunkelten Scheiben hinten sehen schick aus und lassen die Sonne draußen. Zu den sportlichen 16 Zoll Leichmetallfelgen gibt es noch ein Reserverad Notrat. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Sitze sind komfortabel. Der Fahrer sitzt höhenfeststellbar und mit Lindenwirbelstütze ausgestattet. Fußmatten gibt es bei uns natürlich gratis dazu. Für Ihre Sicherheit sorgen fünf Airbag ABS, Nebellampen vorne und das Reserverad Notrat. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch ein USB-Anschluss. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autos filmen. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem Fiesta Titanium in Vision Blau Metallic werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie, europaweit. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie in Probe. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service, da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Auto aus Wismar. Tschüss!